Damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück hier wieder zu einem neuen Let's Play, wir spielen mal wieder eine Runde Arma 3, das heißt wieder, wir spielen das erste Mal Arma 3, wir spielen eine Runde King of the Hill, mit dabei ist, es sind ein paar Feeder, ja, ihr seht es schon, äh, Game Streaker, Mihailo, Wolle HD, Mr. Jones, Ruffy XD und Sgt. Feeling, hallo, 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 und wir fahren jetzt, wir fahren jetzt schön alle in einen Konvoi, Ja, hallo, Leute, ich bin Wolle HD und wir haben einen gemeinsamen Arma 3, wie ihr sehen könnt, und zwar King of the Hill, ja, mit vorgestellt wurden die Leute schon und ich rede jetzt nicht mehr lange, sondern viel Spaß beim Video. Das ist dann auch herzlich willkommen bei mir im Video. Hallo. Hi. Macht man hier und den Hunter auf? Ich bin dabei. Bei mir ist noch ein Platz frei. Oh Gott. Es gibt's Donuts. Gut, alles klar, ich fahr los. Boah. Bei mir geht's wieder ab. Alles normal, ich, äh, whatever, warum? Ist klar. Kannst du mal kurz hupen, vielleicht funktioniert das. Hab ich. Oh, wir sind unter Wasser. Geil. Ich fahr das Video mal. Gut, äh, wer sitzt bei mir im Auto? Mihailo, Game Streaker, Wolle sitzt bei mir mit drin. Alles klar, das Leben hier. Was hab ich denn hier empfing? Spieler. Ähm, ihr seht schon, einige Spieler hier. Ähm, wo bin ich, wo bin ich? Da bin ich, ganz unten. Ich hab ein Ping von 12 zum Server. Nice. GZ. Ähm, wie gesagt, wir, ähm, bitte Runde Umsicherung, wenn wir ausgestiegen sind, zwei Männer mal hinten gucken, rechts, äh, aufpassen, vorne aufpassen, und dann knubbeln wir in irgendein Haus uns ran, wenn wir die Punkte kommen. Wir sollten eine Rauchwolke machen, dann hätten wir schon mal reinlatschen können. Ach, das, das geht schon, glaub ich, das geht schon. Oh, wir wären dann fast über Wasser gefahren hier. Geil. Hui. Schauen wir mal kurz einen Punkt rein. Ja, offen, dann müsstet ihr euch ansehen. Vorerst rein. Oh, lol. Wir sind hier lang, ey. Alter. Was macht ihr denn? Bevor Hatsch die Zone fast gesichert, guckt euch das mal auf der Map an. Wir müssen mal gucken, wo sich vielleicht die Gegner ein bisschen sammeln, dann ging mal strategisch hin vor. Ja, aber nicht fertig. Wie gesagt, wie gesagt, ähm, das geht ja da nicht eigentlich rum ums Kinn, ja, es geht eigentlich darum, um die Punkte einzunehmen. Ja, genau. Ja, schon, aber wir haben ja Spaß da. Ja, stimmt schon, wie gesagt, aber erstmal nehmen wir uns in irgendeinem Haus irgendwo, lassen wir uns irgendwo nieder, damit wir wenigstens die Punkte bekommen. Ja, also damit wir wenigstens erstmal den, ähm, grünen Team da erstmal ein bisschen was voraus sind. Ja, wie man sieht, wir haben bis jetzt noch keine Punkte. Ja, deswegen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen dann aufholen. Wie geht's ab? Seht ihr's? Das wird eine Ballerei. Nein. Oh ja. Etwas Bewaffnetes... Was macht ihr? Wow, da war eine Rakete. Ich glaub, wir haben hier Probleme, wenn wir hier durchfahren. Quatsch. Oh nee, das ist glaub ich einer von uns, oder? Ist einer von uns, ja. der den durchballert wie die stadt besetzt ist alter 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 frame einbrüche gerade übelts bei mir auch ich hab grad 10 fps mir ist es jetzt runter gesunken auf 30 Licht ausmachen das ist ein Fahrzeug setzen hier ab absetzen wir müssen erstmal bei mir klarkommen sonst kann ich nicht aussteigen und bis hier sonst kann ich hier nichts haben und um sich herum vorne frei nutz mal nightvision hier hinten frei alles klar ach ja ich hab noch RCO drin scheiße hast du ein ACO ich mach gerne das ACO gegen RCO tja kommt her kommt her alle bauen alle ran zieht die körper nach unten deckung nach hinten los ab im Haus kommt und blocken da und blocken da und blocken da